P3 Chateau Pelerin ist eine Burg in unmittelbarer Nähe der Ortschaft Adlit in Israel. Die Burg wurde 1218 durch die Tempelritter erbaut. Auf dem Festland war das Chateau Pelerin die letzte Festung der Kreuzritter im Heiligen Land und die einzige, die nie von einem Feind erobert wurde. Am 14. August 1291 gaben die Templer die Burg auf und zogen sich nach Zypern zurück. Lage Die Kreuzfahrer Burg Pelerin befindet sich an der israelischen Kamelküste zu Füßen des Kamelgebirges, etwa 20 Kilometer südlich von Haifa auf einer felsigen Halbinsel. Geschichte Im Februar 1218 während des fünften Kreuzzugs wurde durch die Templer mit der Errichtung der Burganlage auf den Ruinen einer alten phönizischen Siedlung begonnen. Sie sollte die ältere Burg Le Destroit ersetzen, die sich etwas weiter im Hinterland der Küste befand. Viele Teilnehmer des fünften Kreuzzugs beteiligten sich an den Bauarbeiten unter ihnen, auch Walter II. von Aversen, Herrschaft der Kreuzfahrer. Trotz der häufigen Belagerungen unter der Herrschaft der Tempelritter konnte das Chateau Pelerin wegen seiner ausgezeichneten Lage und Bauweise und wegen der Möglichkeit, die Burg über das Meer zu versorgen, nie von einem Feind eingenommen werden. 1220 wurde die Festung durch die Ayyubiden unter dem Befehl von Al-Malik al-Muasam, dem Bruder Sultan al-Khamels, belagert. Während der Belagerung durch die Mamlukin unter Sultan Baibas im Jahre 1265 wurde die Siedlung Atlit zerstört. Nach der Eroberung von Akon am 18. Mai 1291 durch die Mamlukin unter Sultan Al-Malik al-Aschraf Charlie brach das Königreich Jerusalem zusammen und die Templer verloren ihre Rolle als Beschützer der Pilger und Verteidiger des Heiligen Landes. Die Verteidiger von Akon, die entkommen konnten, flohen nach Zypern oder zogen sich in das Chateau Pelerin zurück. Die Burg konnte jetzt jedoch nur noch über das Meer versorgt werden. Die Templer waren gezwungen, die letzte große Festung der Kreuzritter im Heiligen Land in der Zeit zwischen dem 3. August 1291 und dem 14. August 1291 zu evakuieren. Nur die wasserlose Insel Aruat blieb noch bis zum 28. September 1302 im Besitz des Ordens, Herrschaft der Mamluken und Osmanen. Das Chateau Pelerin wurde von den Mamluken nicht zerstört, wie sonst die normale Praxis bei der Eroberung einer Kreuzfahrerburg war. Sie blieb über Jahrhunderte in gutem Zustand erhalten, bis sie 1837 durch ein Erdbeben beschädigt wurde. Ibrahim Pasha benutzte die Burg 1840 als Steinbruch, um Baumaterial für Akon zu gewinnen. Britisches Völkerbundsmandat für Palästina Eine große durch die britische Mandatsmacht finanzierte Ausgrabung wurde von C.N. Jons zwischen 1930 und 1934 durchgeführt. Die Burg war ein Teil des Flüchtlingslagers von Adlit, in dem von den britischen Behörden jüdische Einwanderer interniert wurden, die illegal nach Palästina kamen. Am 10. Oktober 1945 wurden die Internierten von der Haganer befreit. Israel die Burg ist heute militärisches Sperrgebiet. Sie wird von Kommandoeinheiten der israelischen Marine als Trainingsgelände genutzt. Anlage, zwei Mauern und ein flacher Graben auf Höhe des Meeresspiegels riegelten die Festung gegen das Land ab. Die äußeren Mauern waren annähernd 15 Meter hoch und 6 Meter dick, zusätzlich verstärkt mit drei rechteckigen Türmen und einer Plattform für die Artillerie auf dem Dach. Die inneren Mauern waren etwa 30 Meter hoch und 12 Meter dick mit zwei rechteckigen Türmen, einem nördlichen und einem südlichen, die jeweils etwa 34 Meter hoch waren. Da die innere Mauer höher als die äußere war, waren die Verteidiger in der Lage, Ziele über die erste Mauer hinweg zu beschießen. Dies ermöglichte einen besseren Schutz vor dem Beschuss durch die Belagerer. Teil der strategischen Ausstattung der Burg war ein geschützter Hafen auf der Südseite der Halbinsel. Innerhalb der Befestigungen gab es drei Süßwasserbrunnen. Im Chateau Pelerin konnte eine Besatzung von bis zu 4000 Männern den Angreifern während einer Belagerung trotzen. Die Siedlung von Atlit, die vor den Mauern der Burg entstanden war, wurde später ebenfalls befestigt. Die beherrschende Position der Burg im Umland und an der Küstenstraße ermöglichte es, die Pilger zu schützen und Zölle und Abgaben zur Deckung der laufenden Kosten des Schlosses zu erheben. Die Burg wurde vermutlich nach den Pilgern benannt, die ihre Arbeit während des Aufbaus freiwillig leisteten.